In diesem Video blicken wir mal wieder nach unten und schauen uns die dritte Auflage der Foodwork-Schuhe von Xeom an. Der Foodwork kommt in einem einfachen, weißen, länglichen Pappkarton daher. Neben der hier im Video gezeigten hellblauen Variante gibt es die modernen Tischtennisschuhe, die preislich bei knapp 76 Euro liegen, auch noch in weiß. Mit einem Gewicht von etwa 310 Gramm pro Schuh sind die eigentlich recht luftig anmutenden Vertreter gar nicht so leicht, wie man es vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde. Das durchaus auffällige, aber dennoch irgendwie schlichte Design ist in erster Linie auf Atmungsaktivität und Tragekomfort ausgelegt, was man so auch an den Füßen spürt. Die Innensohle ist herausnehmbar. Gestützt wird der Oberschuh durch eine leicht dämpfende, an der Innenseite des Mittelfußes nochmal zusätzlich stabilisierende Sohle. Letztere ist aus einem Stück gefertigt und transparent. Es scheint ein Axiom-Schriftzug hindurch. Die Verarbeitung des in Indonesien gefertigten Modells ist durchweg auf einem hohen Niveau, was man zum Beispiel auch an den genähten Verbindungen zwischen den verschiedenen Materialien erkennen kann. Uns hat die Neuauflage des Foodwork durch seine gute Passform, seinen angenehmen Tragekomfort, seine Seitenstabilität sowie den sehr fairen und angemessenen Preis überzeugt. Insgesamt also ein dynamischer, moderner Tischtennisschuh, der auf der einen Seite durchaus minimalistisch daherkommt, auf der anderen Seite aber durch seinen textilartigen Oberschuh zugleich ein luftiger Hingucker sein sollte.